Und Papi? Eigentlich sollst du mir jetzt nochmals eins geben. Ist das fertig? Ich bin Michael. Als Familienvater will ich für meine Kinder hier sein. Du brauchst grosse Zahlen oder was? Eigentlich bin ich ein Exot. Ich arbeite 70% und bin mehr zu Hause als meine Frau. Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Es hat keinen Sinn gemacht. Es hat keinen Sinn gemacht. In Basel als Polizist habe ich die Möglichkeit, Familie und Brüfe und drei Hüte zu bringen. Im Dienst muss man aufmerksam und im richtigen Moment bereit sein. In jeden Fall. In jeden Fall. Du weisst nie, was auf dich zukommt. Das ist der Cherrisse. Zentraldummer 22. Haben Sie einen Schlüssel? Nein, aber dafür ist der Cherrisse. Wo kommt man hin? Okay, ich bin... Jetzt im Klösen. Das ist eine Trennschiebe. Als Polizist fühle ich mich auch ein bisschen als Sozialarbeiter.